ja letzte folge hatten wir ja eine speed folge und ich mache ja heute auch noch eine damit wir hier den ganzen kokolores hier fertig kriegen ja und dann werde ich dann nur noch mit world edit arbeiten damit ich hier die fläche begradigen kann aber vorerst erstmal das und dann geht es auch direkt nach dem intro los und dann werden wir uns nach der vertonung dann wiederhören und wiedersehen oder eher wiederhören würde ich sagen bis später noch ein kleines kurzes hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von lbss das habe ich in der letzten folge ein bisschen verschludert aber ich denke mal ich werde es in der nachvertonung gemacht haben so und dann würde ich sagen haben wir jetzt in den speed rein und bis später so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.